Hey, Tamaki! Ähm, ja? Als nächstes fliegst du mit mir, okay? Was? Mit dir zusammen? Ist das dein Ernst, June? Du willst mit ihr zusammen fliegen? Klar, sie ist doch auch eine Anwärterin. Gut, könntest du die Gewichte an sie anpassen? Ich fass es nicht. Hey! Du musst mir mal sagen, wie viel du wiegst. Nenn mir mal einen Grund, warum ich dir das verraten sollte! Es müssen Gewichte in die Sitze, damit der Gleiter nicht in Schieflage gerät. Also wie viel? Spuck's endlich aus! Ungefähr 40... Lüg mich nicht an! Ihr könntet abstürzen, wenn du mir ein falsches Gewicht sagst. Gut, 50 Kilo. Und stimmt das auch? Was fällt dir ein, das zu hinterfragen? Jetzt pass mal gut auf. Ich bin selbst noch nie mit ihm geflogen. Also wenn wegen deiner Wampe irgendwas passieren sollte, dann werde ich dir das niemals verzeihen. Was? Wampe? Was fällt dir ein? So was muss ich mir von einem Klugscheißer wie dir nicht sagen lassen. Halt den Rand, du Fettklops! Mistkerl, verzieh dich!